Paula Andrea Salazar Bermudes wurde am 6. September 2015 in Venezuela geboren. Ihre Mutter, Andreana Bermudes Milan, stammte aus der Stadt Maturin im Bundesstaat Monagas und ihr Vater, Leonardo Salazar, aus Tucupita, einer Stadt im Bundesstaat Delta Amacuro. Ein Jahr nach Paulas Geburt, im September 2016, beschloss das Paar mit seinem Kind nach Ecuador auszuwandern, um ein besseres Leben für sich und seine Tochter zu finden. Einen Monat nach dem Umzug nach Quito, der Hauptstadt Ecuador, verschlechterte sich die Beziehung der Familie aus einer Reihe von Gründen. Andreana leitete die Trennung von Leonardo ein und beschloss bald darauf, nach Cuenca, der drittgrößten Stadt Ecuador, zu ziehen und Paula mitzunehmen. Die Mutter ihrer besten Freundin lebte in Cuenca und bot freundlicherweise an, sie und das Mädchen bei sich wohnen zu lassen, bis sie einen anderen Ort zum Wohnen und Arbeiten finden würden. Leonardo, der Vater des Mädchens, beschloss angesichts der Trennung und anderer Umstände, nach Venezuela, in seine Heimatstadt Tucupita, zurückzukehren und wanderte nach einiger Zeit erneut aus, diesmal nach Trinidad und Tobago. Zu diesem Zeitpunkt war Leonardo bereits seit langem behindert. Der linke Arm des Mannes war nach einem Unfall, den er in jungen Jahren beim Motorradfahren erlitten hatte, vollständig gelähmt. Da der Mann seinen linken Arm nicht benutzen konnte, hatte er offenbar selbst in der äquadorianischen Hauptstadt Schwierigkeiten, eine gute Arbeit zu finden. Nachdem Andriana nach Cuenca umgezogen war, brach sie den Kontakt zu Leonardo fast vollständig ab und teilte ihm nur einmal mit, dass sie eine Arbeit auf einem Bauernhof in der Stadt Tapacundu angenommen hatte. Einige Monate nach ihrer Trennung von Leonardo ging Andriana eine neue Liebesbeziehung mit einem Mann namens Washington Andres ein. Andres war ein äquadorianischer Einheimischer und was noch wichtiger war, er war der Besitzer des Bauernhofs, auf dem Andriana arbeitete. Der Mann wuchs in einer wohlhabenden Familie auf. Als Paula etwa eineinhalb Jahre alt war, zog Andriana mit ihr zu Andres und am 7. April 2019 bekamen Andres und Andriana ein gemeinsames Kind. Mit der Ankunft des Babys wurde die Familie glücklicher und vereinter, doch alles änderte sich, als am 27. März 2020 ein Ereignis eintrat, das das Leben aller Beteiligten völlig auf den Kopf stellte. Zu dieser Zeit lebte die Familie gut und freute sich über jeden Tag und darüber, wie gut die Dinge auf dem Hof liefen. An einem dieser scheinbar fröhlichen Tage nahm Andres Paula und fuhr mit ihr zu einer Blumenplantage. Auf dem Weg dorthin wurde das Mädchen sehr krank, ihr war schwindelig und sie beklagte sich über Übelkeit. Andres hatte keine andere Wahl, als an einer öffentlichen Toilette anzuhalten. Als er und das Mädchen die Toilette betraten, musste sich Paula erneut übergeben. Der Mann beschloss, sie für ein paar Minuten allein zu lassen und in diesem Moment zum Auto zurückzugehen, um sich umzuziehen, da die Kleidung des Mädchens schmutzig war. Als Andres zurückkam, fand er Paula mit dem Kopf in der Toilettenschüssel liegend vor. Der Mann zog das Mädchen sofort heraus und versuchte, ihr erste Hilfe zu leisten und brachte sie bald darauf ins Tapakundu-Krankenhaus. Als das vierjährige Mädchen den Ärzten übergeben wurde, gab es keine Lebenszeichen mehr, und die Ärzte erklärten Paula für tot. Nachdem die diensthabenden Ärzte eine erste Untersuchung durchgeführt und den Zustand des Mädchens beurteilt hatten, stellten sie fest, dass die Geschichte, die Andres ihnen erzählt hatte, voller Ungereimtheiten war. So stellten die Ärzte auf den ersten Blick fest, dass das Mädchen blaue Flecken am Körper und im Gesicht hatte, deren Art nicht mit den Angaben des Pflegevaters in Verbindung gebracht werden konnte. Das medizinische Protokoll sieht in solchen Fällen vor, dass die Ärzte die Polizei einschalten, und die Situation selbst legte dies nahe. Kurz nach dem Eintreffen der Polizei wurde Andres als Verdächtiger im Mordfall Paula verhaftet. Obwohl Andres behauptet hatte, Paula sei in der Toilettenschüssel ertrunken, ergab die Obduktion der Leiche etwas viel Dunkleres. Erstens ergaben die Untersuchungen, dass das Mädchen bereits seit etwa 24 Stunden tot war, als es im Krankenhaus eintraf, was nicht zu Andres Version der Ereignisse passt. Der Pflegevater des Mädchens behauptete, er habe Paula erste Hilfe geleistet und eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchgeführt, und das alles nur 20 Minuten, bevor er sie ins Krankenhaus brachte. Andererseits ergab die Autopsie, dass das Mädchen mehrere gebrochene Rippen, mehrere Mikrotraumata, eine gebrochene Wirbelsäule und eine Septichemie hatte, die ihren Tod verursachte. Es stellte sich heraus, dass Paulas Tod kein Unfall war, denn ihr kleiner Körper wies eine große Anzahl neuer und alter Verletzungen auf. Leonardo Salazar, der Vater des Mädchens, erfuhr am 30. März, drei Tage nach den Ereignissen, von Paulas Tod. Er wurde von seiner Mutter, die sich noch in Venezuela befand, über den Tod seiner Tochter informiert. Sie war es, die ihn anrief, um ihm die tragische Nachricht mitzuteilen. Sie selbst wiederum erfuhr es von einem Freund von Andreana. Nachdem Leonardo Ecuador verlassen hatte und Andreana eine neue Beziehung einging, brach sie den Kontakt zu ihm vollständig ab. Daher wusste Leonardo drei Tage lang nichts von den Ereignissen, die seiner Tochter widerfahren waren, und bis dahin konnte er sie nur auf den Fotos sehen, die ihm ihre gemeinsamen Freunde mit Andreana schickten. Darüber hinaus blockierte Andreana Leonardo in allen sozialen Medien, sodass er nicht mehr mit Paula kommunizieren konnte. Sie brach auch die Kommunikation mit fast allen Verwandten von Leonardo ab. Dennoch konnte Leonardo vom Tod seiner Tochter erfahren. Die Familie von Andreana teilte ihm jedoch eine andere Todesursache mit. Sie sagte ihm, dass Paula an den durch Covid-19 verursachten Komplikationen gestorben sei. Zu diesem Zeitpunkt begann, wie überall auf der Welt, die Quarantäne, die als Reaktion auf die Pandemie verhängt wurde. Zu diesem Zeitpunkt gab es jedoch praktisch keine Todesfälle durch das Coronavirus im Lande. Leonardo war zweifellos sehr misstrauisch, dass seine Tochter an Covid-19 gestorben sein könnte, und so begann er sofort, die Statistiken über Todesfälle durch das Coronavirus in Ecuador zu recherchieren. Die Statistiken wurden in sozialen Netzwerken, Nachrichtenportalen und auf einigen ecuadorianischen Websites veröffentlicht. Leonardo fiel sofort auf, dass sich unter den wenigen Coronavirus-Opfern keine Kinder befanden. Leonardos Verwandte halfen ihm bei seinen Nachforschungen, und einer von ihnen schickte ihm bald einen Zeitungsartikel, in dem die Verhaftung von Andres erwähnt wurde, der verdächtigt wurde, Paula getötet zu haben. Leonardo begann, Andriana unablässig jeden Tag anzurufen. Nach zehn Tagen beschloss sie, ihn selbst zurückzurufen. In diesem Gespräch teilte Andriana Leonardo ziemlich kalt mit, dass Paula an Covid-19 gestorben sei, und dass sie ihm keine weiteren Informationen geben könne, da ihre Anwälte ihr dies untersagt hätten. Als nächsten Schritt richtete Leonardo gemeinsam mit seiner Bekannten eine Facebook-Seite zu Ehren von Paula sowie ein Instagram-Profil mit dem Namen Gerechtigkeit für Paula ein. Die veröffentlichten Beiträge lösten einen großen Aufschrei auf allen Social-Media-Plattformen aus. Das Hauptziel war es, die Verantwortlichen für den Tod seiner Tochter vor Gericht zu bringen. Am selben Tag, an dem Andriana Leonardo anrief, kam sie im Leichenschauhaus an, um sich um die Beerdigung ihrer Tochter zu kümmern. Obwohl der Staatsanwalt, der den Fall bearbeitet hatte, um mehr Zeit für die Ermittlungen bat, fand die Beerdigung des Mädchens am 10. April 2020 statt. Andriana hat einfach nicht zugelassen, dass eine zweite Autopsie an dem kleinen Mädchen durchgeführt wird. Dank der Informationen, die in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, nahmen Andrianas Freunde und Menschen aus ihrem Umfeld Kontakt zu Leonardo auf und erzählten ihm von dem traurigen Leben, das Paula in den Jahren vor ihrem Tod führte. Sie übermittelten Leonardo die ihnen vorliegenden Daten, die größtenteils auf einzelnen Gesprächsaufzeichnungen, Fotos, Tonaufnahmen und ähnlichem beruhen. Zeugenaussagen zufolge musste Paula, seit sie mit ihrer Mutter zu Andres gezogen war, Misshandlungen sowohl von ihrem Stiefvater als auch von ihrer eigenen Mutter ertragen. Andriana ließ nicht nur zu, dass ihre Tochter auf diese Weise behandelt wurde, sondern war selbst direkt in all das verwickelt. Alle sagten, dass sie Paula nur dann glücklich und fröhlich sahen, wenn sie allein spielte. In der Gegenwart ihres Stiefvaters wirkte das Mädchen bedrückt, verhielt sich schüchtern und wurde plötzlich sehr ängstlich. Irgendwann erzählte das kleine Mädchen den Leuten, die sie kannte, dass ihre Mutter und ihr Stiefvater sie schlugen, weil sie sich nicht benahmen. Eines Tages gab sie sogar zu, dass Andres sie zur Strafe schubste und sie mit dem Kopf gegen die Wand schlug. Paula nannte ihren Stiefvater nur »das Monster« und hatte sicherlich große Angst vor ihm. Das kleine Mädchen hatte ständig Albträume und litt, da es noch sehr jung war bereits an Schlaflosigkeit. Das Ehepaar zog es zunächst vor, dass das kleine Mädchen, das zum Zeitpunkt des Umzugs zu seinem Stiefvater zwei Jahre alt war, allein schlief. Beim Einschlafen weinte das Mädchen oft, aber niemand kümmerte sich um sie. Außerdem zwangen ihre Mutter und ihr Stiefvater sie, ihr Bett selbst zu machen, obwohl es sehr groß war und es für das Mädchen schwierig war, ihr Bett ohne Hilfe zu machen. Außerdem hatte ihre Mutter Andreana ihr das Kochen beigebracht, seit sie zwei Jahre alt war. Das war etwas, das den Rahmen der Vernunft sprengte. Paula musste ihr Frühstück und ihr Abendessen selbst zubereiten, weil ihre Mutter morgens gerne ausschlief und sich abends eine Auszeit von ihrem Kind nahm. Sie bemühte sich einfach nicht, sich um ihre Tochter zu kümmern. Außerdem störte sich Andreana nicht daran, dass das Mädchen den rauchenden Ofen selbst öffnen und schließen musste, was ziemlich gefährlich war. In der Vorschule, in der ihre Mutter sie untergebracht hatte, klagte Paula ständig über Schmerzen in den Beinen und im Rücken und gab oft an, dass sie nicht laufen könne. Ihre ständigen Beschwerden und die blauen Flecken an ihrem Körper veranlassten die Erzieherinnen, sie den Ärzten in der Poliklinik vorzustellen. Nach einer Untersuchung kamen diese zu dem Schluss, dass das Mädchen von seiner Familie misshandelt wurde. Die Erzieherinnen riefen die nationale Direktion der Spezialpolizei für Kinder und Jugendliche, die NAPEN, an, um die Misshandlung des Mädchens in ihrer Familie zu untersuchen. Die Beamten von DINAPEN nahmen sich des Falles an und beschlossen, das Mädchen an einen Ort zu bringen, an dem es während der Ermittlungen in Sicherheit war. Daraufhin wurde Paula am 16. Oktober 2019 vorübergehend an ihren Onkel, den Bruder von Andreana, übergeben. Die erste Anhörung des Falles, die von DINAPEN geleitet wurde, war für den 4. Dezember 2019 angesetzt. Leider erschienen die Erzieher, die als Zeugen aussagen sollten, nicht zu dieser Anhörung. Aus welchen Gründen auch immer, waren sie nicht in der Lage, an dieser Anhörung teilzunehmen. Daraufhin wurde beschlossen, die Verhandlung am 27. Februar 2020 zu wiederholen, aber auch dieses Mal erschienen die Erzieher von Paula einfach nicht. Das Gericht sah sich gezwungen, alle Anklagepunkte gegen die Eltern fallen zu lassen. Paula wurde dann zu ihrer Mutter zurückgebracht, und genau einen Monat später, am 27. März, war sie verschwunden. Der genaue Grund, warum die Erzieher zu keiner der beiden Anhörungen erscheinen wollten, ist noch unbekannt. Es wird vermutet, dass Andreana sie bestochen, oder sie einfach davon überzeugt haben könnte, dass die Eltern trotz der Probleme des Mädchens nicht dafür verantwortlich waren, was ihre Tochter über sie sagte. Nach Paulas Tod wurde Andres in einer Haftanstalt untergebracht, während alle Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Doch schon bald legte er Berufung ein und focht diese Entscheidung an. Daraufhin fand am 12. Juni 2020 eine Anhörung statt, bei der der Richter das Maß der Zurückhaltung festlegte und auch die Möglichkeit feststellte, den Mann unter Hausarrest freizulassen. Während der Anhörung, die per Videokonferenz stattfand, erklärte Andres jedoch, dass er seine Berufung zurückziehen würde. Zu diesem Zeitpunkt war Leonardo noch mit einer Social-Media-Kampagne beschäftigt. Damals bat er die Abonnenten auch um finanzielle Unterstützung, um von Trinidad und Tobago nach Ecuador reisen zu können. Er wollte eine Anzeige gegen Andreana, Paulas Mutter, erstatten, bevor es zu spät war. Zu diesem Zeitpunkt war Andreana noch nicht angeklagt worden und befand sich auf freiem Fuß. Glücklicherweise war Leonardo in der Lage, eine ausreichende finanzielle Unterstützung sowie eine kostenlose Rechtsberatung von zwei äquadorianischen Anwälten, Osvaldo Trujillo und Alejandro Ereda, zu erhalten, die sich selbstlos bereit erklärten, ihn in dem Rechtsverfahren zu unterstützen und zu begleiten. Leonardo musste die Grenze zwischen Trinidad und Venezuela auf dem Seeweg überqueren. Er musste sein Leben riskieren und dann die gesamte Grenze von Maturin nach San Cristobal überqueren. Er musste private Transfers buchen, da die regulären Routen wegen der Pandemie in Venezuela gestrichen wurden und er sie nicht nutzen konnte, um nach Ecuador zu gelangen. Ab dem 15. März 2020 waren alle See- und Landgrenzen in Venezuela wegen der Pandemie geschlossen. Daher konnten in den folgenden Monaten nur wenige reguläre Flüge in vier oder fünf Länder durchgeführt werden. Sobald Leonardo im Bundesstaat Tahira angekommen war, musste er die Grenze zu Kolumbien über unwegsames Gelände überqueren, was an sich schon gefährlich ist. Anschließend nahm er einen Bus in die Stadt Ipiales und fuhr durch Hügel und Ebenen zur Rumichaka-Brücke, der Grenze zwischen Kolumbien und Ecuador. Anschließend nahm Leonardo ein Taxi nach Quito. Am 30. Juni hatte er einen Termin mit seinem Anwalt. Unmittelbar nach seiner Ankunft erstattete der Vater des toten Mädchens Anzeige gegen die Ex-Freundin, die ebenfalls als Verdächtige im Mordfall Paula in Betracht gezogen wurde. Am 6. Juli 2020 wurde Andreana angeklagt. Die Frau erschien vor dem Gericht, das entschied, dass sie nicht in Untersuchungshaft genommen werden dürfe und dass es genüge, wenn sie unterschreibe, das Land nicht zu verlassen und sich zweimal pro Woche bei der Justiz zu melden. Infolgedessen wurden sowohl Andres als auch Andreana wegen Mordes angeklagt, worauf nach dem äquadorianischen Strafgesetzbuch eine Höchststrafe von etwa 13 Jahren Haft steht. Im November 2020 fand die erste Anhörung in dem Fall statt, bei der der Richter bestätigte, dass eine mündliche Verhandlung gegen die Angeklagten stattfinden würde. Zu diesem Zeitpunkt war noch kein konkreter Termin für den Beginn der Verhandlung bekannt gegeben worden. Während der Anhörung äußerten Leonardos Anwälte ihre Besorgnis über eine mögliche Flucht von Andreana. Sie hatte zuvor einen Selbstmordversuch mit Hilfe von Tabletten unternommen. Sie beantragten außerdem, dass Andreana mit einem elektronischen Peilarmband ausgestattet wird. Der Richter entschied, dem Antrag der Anwälte stattzugeben, und reduzierte die Anzahl der Tage, an denen die Verdächtige vor den Justizbehörden erscheinen muss, auf einen pro Woche statt auf zwei. Einige Tage später beantragte Andreana jedoch eine Überprüfung der Entscheidung, ihr das Tragen des elektronischen Armbands aufzuerlegen. Am 16. November fand eine weitere Anhörung statt, um diese Maßnahmen zu überdenken. Zweifellos verzögerten all diese Details den Prozess, aber glücklicherweise konnte der Richter einen Termin für den Prozessbeginn im Dezember festlegen. Über den Prozess gegen Andres und Andreana wurde in den Medien nicht viel berichtet. Die meisten Informationen fanden jedoch auf die eine oder andere Weise ihren Weg in die sozialen Medien. Da die Pandemie jedoch ein großes Thema in den Medien war, blieben einige der Informationen ungehört. Der Prozess begann am 14. Januar 2021. Zu diesem Zeitpunkt galten für Andreana noch alternative Maßnahmen zur Freiheitsentziehung. Andres wurde im Regionalgefängnis von Kotopaxi festgehalten. Der Prozess fand hinter verschlossenen Türen statt und kein Medienvertreter war anwesend. Einige der Beteiligten nahmen über eine Videoverbindung an der Verhandlung teil. Während der Verhandlung teilte der Arzt, der die Autopsie des Mädchens durchgeführt hatte, den Richtern Einzelheiten zu den Verletzungen mit, die am Körper von Paula gefunden wurden und die bis dahin nicht bekannt waren. Nach Angaben des Arztes hatten sich bei dem Mädchen fast alle Bandscheiben der Wirbelsäule gelöst. Einige ihrer Rippen waren gebrochen und einige bereits zusammengewachsen. Das bedeutet, dass das Mädchen sich zuvor die Rippen gebrochen hatte, die schließlich von selbst zusammenwuchsen. Außerdem wies sie Nagelstigmata auf, eine Erkrankung, bei der die Nägel in die Haut einwachsen. Außerdem wies das Opfer Prellungen und Kratzer im Gesicht und am Körper, Flüssigkeitsansammlungen in der Lunge, Narben am Kopf und einen gerissenen Dickdarm auf. Dem Gutachten zufolge waren es die letztgenannten Verletzungen, die eine Infektion auslösten und allmählich zu einer Septichemie führten, die schließlich zum Tod führte. Der Autopsiebericht bestätigte auch, dass Paula zu dem Zeitpunkt, als sie von Andres ins Krankenhaus gebracht wurde, bereits seit etwa 24 Stunden tot war. Die vielen inneren und äußeren Verletzungen spiegeln das Ausmaß der Grausamkeit wieder, der das kleine Mädchen ausgesetzt war, sowie die Sorglosigkeit ihrer Betreuer, die sie nicht ein einziges Mal zum Arzt brachten. Darüber hinaus war das Mädchen unterernährt, untergewichtig und für sein Alter zu zierlich. Mineral- und Nährstoffmängel waren ein Faktor. In Bezug auf die Verletzungen, die Paula erlitt, versuchte Andreana, ihre Freunde und Verwandten davon zu überzeugen, dass das Kind viele psychische Probleme hatte und dass die Folge dieser Probleme eine Neigung zu Selbstquälerei war, mit der Paula versuchte, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Nach Angaben der Mutter des Mädchens begann Paula nach der Geburt ihres jüngeren Bruders, die elterliche Aufmerksamkeit zu vermissen, schlief nachts nicht mehr und versuchte, sie durch Weinen zu manipulieren. Die Verhandlung ergab auch, dass Paula im Oktober 2019 vom Gremium angewiesen wurde, in der Obhut ihres Onkels zu bleiben. Tatsächlich wohnte sie weiterhin bei ihren Eltern und schlief nur einige Nächte bei ihrem Onkel. Mit anderen Worten, die von der Organisation Dinapen ergriffenen Maßnahmen zeigten nicht die gewünschte Wirkung. Die Ermittlungen ergaben, dass das Mädchen 2017, nur wenige Monate nachdem Leonardo Ecuador verlassen hatte, zu leiden begann, weil es misshandelt wurde. Dieser begann höchstwahrscheinlich unmittelbar, nachdem Andreana eine Beziehung mit Andres eingegangen war. An dem Prozess nahmen mehr als 40 Zeugen für die anklagende Partei teil, die bezeugen konnten, dass Paula mindestens drei Jahre ihres kurzen Lebens Misshandlungen erdulden musste. Bei der letzten Anhörung vor der Urteilsverkündung erklärte Andreana, dass sie die alleinige Verantwortung für die Misshandlung des Kindes übernimmt. Die Frau gab an, dass sie selbst Paula mit einem Gürtel und manchmal mit den Fäusten geschlagen habe. Mit dieser Aussage versuchte die Mutter des Mädchens tatsächlich, die Schuld von ihrem Mann abzulenken. Sie sagte direkt, dass er unschuldig sei, dass er nichts damit zu tun habe und dass er Paula nie schlecht behandelt habe. Andreana erklärte auch, dass sie ihre Tochter dafür bestrafte, dass sie ihr Probleme mit ihrem neuen Mann bereitet hatte. Sich von ihrem neuen Mann zu trennen, bedeutete, wieder auf der Straße zu leben und die wirtschaftliche Stabilität zu verlieren, die sie nur mit diesem Mann hatte. Ihre Tochter war ihre letzte Priorität. Nachdem die Richter von Paulas Lebenssituation erfahren hatten, machten sie sich Sorgen um das Schicksal von Andreanas Sohn, der von ihr und Andres geboren wurde. Aber wir können mit voller Überzeugung sagen, dass dieses Kind im Gegensatz zu Paula nie missbraucht wurde. Andres hat von seinem Recht zu schweigen Gebrauch gemacht und sich seit seiner Verhaftung nie zu dem Vorfall geäußert. Am 3. Februar 2021 wurde der Prozess wegen des brutalen Mordes an Paula eingestellt und das Paar erhielt ein Urteil. Beide Angeklagten wurden des Mordes an dem Mädchen für schuldig befunden. Die Höchststrafe für dieses im äquadorianischen Strafgesetzbuch vorgesehene Delikt beträgt 13 Jahre. Ursprünglich hatten Leonardos Anwalt und die Staatsanwaltschaft die Höchststrafe für die Täter gefordert, aber der oberste Richter beschloss, einen erschwerenden Faktor zu berücksichtigen, nämlich die Tatsache, dass Paula erst vier Jahre alt war und sich daher nicht gegen ihre Angreifer wehren konnte. Infolgedessen verurteilte der Richter Andriana Bermudes und Andres Aymar zu 17 Jahren und vier Monaten Gefängnis. Die äquadorianische Justiz sieht vor, dass Verurteilte nach der Verurteilung drei Tage Zeit haben, um in Berufung zu gehen, sodass zu erwarten war, dass das Paar sofort in Berufung gehen würde. Obwohl Andriana zu 17 Jahren und vier Monaten Haft verurteilt wurde, ist sie bis heute auf freiem Fuß und hat eine Kaution hinterlegt, um vor Gericht zu erscheinen. Da die Frau von ihrer Möglichkeit, in Berufung zu gehen, Gebrauch gemacht hat, muss nun das höhere Gericht ihre Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe bestätigen. In der Zwischenzeit erfüllt die Frau weiterhin die Maßnahmen, die ursprünglich ergriffen wurden. Dies ist bei Andres nicht der Fall, da er zum Zeitpunkt seines Erscheinens im Krankenhaus mit dem toten Mädchen verhaftet wurde. Die Tatsache, dass Andriana immer noch auf freiem Fuß ist, sorgt zweifellos für Empörung und Wut in der Öffentlichkeit, vor allem bei Leonardo, der befürchtet, dass die Frau die Situation ausnutzen könnte, um sich der Justiz zu entziehen. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.